Hallo ihr Lieben, euer Girl, es ist Cia hier und herzlich willkommen zurück zu meinem Lieblingsspiel, Ape Escape 3. Wir wollen tatsächlich jetzt die letzten Affen des Spiels, vier Stück bei Tumuki Town und fünf Stück bei Spectre TV. Wait, fünf Stück? Das ist Secret und ihr wisst wahrscheinlich, wir haben immer noch nicht den Ratchet und Clank Affen gefangen, den Ape Ratchet. Ja, und genauer der Typ ist es. Okay, aber erstmal zu Tumuki Town. Jetzt haben wir wieder die super coole Musik und die super nervigen Gegner, die gepanzert sind und, oh nee. Wir müssen dahin, wo die gehörten Kackhofen produziert werden. Der lacht jetzt, aber so ist es. Und in dem Secret finden wir auch den Dieb, der komplett einzigartig ist. Den rosa Dieb. Der klaut, der klaut glaube ich nicht das Geld, der klaut Morph-Energie. Da wird. Okay. Die, 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 und hier, die. Der Abraumer ist Magical Girl. Sonst kommen wir hier nämlich nicht rüber. Die, 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 die. Wop. 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 Oh, ich brauche nur so viel Geld. Hm. Na komm. Ah, zwei Glitches. Ja, was soll ich denn da machen? Cool, wie schnell die Laser sind. Komplett lächerlich. Sind wir jetzt schon da? Wenn der ging, ist verdammt schnell. Nee, wir müssen hier noch durch. Okay. Okay. Boah, das ist echt Erbsenzählerei hier. Wie wenn wir im Real Life irgendwelche Mülleimer durchforcen oder irgendwelche Flammenflaschen. Aber ich habe es tatsächlich gemanagt, jedenfalls mitzunehmen. Weil ich das Geld einfach so nötig habe. Mann, wir fehlen noch so viel. Oh Gott. Oh. Die fliegenden Autos, Leute. Zukunftsmetropole. Tumuki. Und der typische... Was sei denn mit dem Dr. Tumuki? Lebt er jetzt noch, oder nicht? Mann, weiß es nicht. Er hat sich ja geopfert. Damit wir erst kämen können und damit die Raumstation zerstört wird. Tja. Dr. Tumuki, was ist mit dir? So, jetzt muss man gleich da sein. Ich glaube, wenn wir jetzt den nächsten Bereich betreten, dann sind wir vorbeigen geworden in den Krackhofen. Und da gab es halt diesen kleinen Nische-Bereich und da ist das Secret. Nein, ich will die Jacke. Nein. Mama. Mein schönes Sechsterleben. Jetzt bin ich ein Sad Girl. Echt. Na was? Gleich strahlen wieder meine Augen. Weil wir beim Secret sind. Daumen, wo die Kisten sind. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Oh, nee. Diese Kackeaus, nee. Brauchen wir auf jeden Fall nochmal Fantasy-Night. beziehungsweise das mag ja gar sonst komme ich ja nicht lang gott ist voll schwer da lang zu kommen nächste verwandlung apfel das war nicht dafür habe ich ja gesagt genau da wo die kisten sind soll jetzt die holz der die leute jetzt kommt er ist das für ein typ mit dem umhang das ist aber nicht der rosa ne es gibt auch einen grünen typ der typ klaut die energie ich meine rosa die vor allem wo die frage ist jetzt immer wo wo war er hoffe cool die tromke statuen sieht echt cool aus hier noch eine riesenstatue hier die folgenplattform wo ich wunderbar gestorben bin gegen ende ne kacke auf dem tut der weh da ist der dieb der rosa ne die leute der klaut leben noch schlimmer der klauen leben lebe escape 2 gab es nur die ratten die skate klauen hier gibt es noch die über die leben klauen und morphe energie klauen was zum geiler miss darf was ist das für ein typ und du mit deinem afro kommst du auch ins netz und komm schon das ist das für ein paar jahre coole sache und natürlich überall tomuki plakate man kennt's man kennt's vor allem die tomuki beim brüllen das ist so ein geiler einfach wunderbar heute nur ein level und den nächsten part gibt es dann den legendämen boss rush alle baustellen spielt in einem part egal wie lange es wird du wirst es lieben spekter dv ferns sender im arzt wir haben jetzt nur zum planet der menschen was natürlich die antrie und planete affen ist da wollen wir jetzt den abe ratchet finden sprich red and clank und auch das secret zwei fliegen mit einer klappe und ich glaube ich komme auch relativ schnell hin wenn ich zu hause bin aus dem weg oh ne jetzt haben wir das laser action das freut mich schon so probleme die sind einfach zu schnell für mich für meine kleinen süßen augen sind die viel zu schnell ich dachte vor whatever reason dass die treppen runtergehen oh ne und das gleiche noch mit fließband jetzt habe ich das gut hingekriegt super und schon im vergleich da ja ja studio ist natürlich jetzt abgestellt trotzdem bis weiter rein ja du 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 äh wo war nochmal der eingang wo war nochmal der eingang ach nö jetzt muss ich das schieber jetzt auch nochmal machen ich frage mich jetzt aber wo der abe ratchet ist eigentlich habe ich gedacht der wäre da hinten ich sehe den aber gar nicht ich hoffe dass der cheat code funktioniert hat ja 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 mal schauen wir holen jetzt erstmal das secret oder war das wieder hinterm secret brauchst du einen dass der hinterm secret war das wieder so ein secret im secret ist ne leider nicht doch doch da ist der typ hi schau es aus glitschern nicht es es war glitschern war die qual der wahl und noch so ein darf wader was was zum ich glaube es wird getranst hallo gini warum gini was macht der denn oh der gini wofür bezahle ich den oh die verwandlung ist kacki aah ich kriege keinen Fall komm magic girl transformation jetzt muss es aber sitzen sonst fängt er uns ja darf voodoo okay nein jetzt hat er das netz das gibt es doch nicht komm goodbye boah die haben uns in sich die waren echt fies hier ist ein meteorit hier von star wars so ein raumschiff hier ist der eifelturm for whatever reason planeten da vorher dann natürlich das ist ein cooler raum die freiheitsstatue i love it das sind wir nicht los warte hier kommt er Ape Ratchet alle Ratchet und Clank Fans werden sich freuen erst mal noch ein Rätsel okay die Nummer 8 gibt leider nur Gegner die Nummer 7 gibt Bomben wo sind die Bomben aah oh Gott wie gemein hören die Bomben jetzt auch noch auf ich hoffe es tja geht gib her gib her gib her gib her gib her Gott ist nur Glück Nummer 1 gibt Morph Energie brauche ich die überhaupt an von heute nicht ja oh geil lass mich die frage wo ist der Ape Ratchet da ist er die Nummer 5 ich will den jetzt aber noch gar nicht ich will nur wissen was die anderen Sachen führen oh ja ein Leben oh 3 ein Leben was nehm ich komm die Nummer 2 noch mehr Morph Energie die die brauche ich jetzt aber nicht Kekse oh Gott ich glaube der Ape Ratchet hat uns gesehen schießt uns schon Gott Raketen als ob ich glaube der Ape Ratchet alleine reicht mir schon jetzt haben wir noch Raketen was hat der für ne krasse Pistole oh Gott was ist das denn der ist schwerer zu fangen als der Pippertron komm schon komm schon ja Ape Ratchet der war heftig voll heftige Pistole dunkle Projektile Raketen die hier noch lange flogen der hat's in sich auch einen der schwersten Affen aber ich fand der Affen draußen noch schwerer Colosseum damit haben wir sie alle jetzt fehlen nur noch die Bosser Jey oh Gott und das ist alles in 11 Minuten es wird ein kurzer Part naja ok Geldverschwendung lieber 2 hiervon ba 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 je keine Hose ja die Musik-CDs können die auch kaufen aber komm Fotos die kriegen wir heute alle voll Geheimnis Forte benommene Küken ok Geheimnis Forte Doppelidole das sind so Zyaka und Rohrsafe Seltsames Bild 18 guck dann will ich ihn meist gehabt das war das von der Ganovenbild 2 Stunden warten warum warte ich hier 2 Stunden auf der Zug oder was hat die Deutsche mal wieder Verspätung Einschränkling ja der Hochzeitsfrau zerstöre Seltsames Bild 8 oh Gott Seltsames Bild 16 da fehlen noch voll viele Gott geheimnis Foto der Fan stimmt die Mumie war ja komischerweise auch ein Fan gewaffnet und gefährdet schon wieder ein Bild mit dem Roboter eine Stadt eine Stadt namens irgendwo das ist die Miniaturstadt wie cool in der Bauklotz Welt von wissen sie höchst zur Affenstraße komme seltsames Bild 12 Tierfigur einfach eine Sumifigur wo stand die denn und wir haben alle Fotos des Spiels voll cool Tja Leute jetzt fehlen nur noch die teuren Filme und die Musik sind jetzt oh man Weltwestorf 2 Kleine Horrorstadt 2 Fernsender 2 und Kampf mit Gorilla durch du 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 dün 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 deem dün 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 dün. Dün dün. Ja. So geht der Soundtrack. Hocky Dog. Oh Gott. Der Part. Der ist viel zu kurz. Hm. Naja. Nicht gut. Naja. Leute. Kann ja nicht immer lange Parts geben. Heute mal ein kurzer Part. Aber beim nächsten Mal gibt es eine Ultima Team Boss Rush. Freude drauf, ich tue es allemal und dann muss ich auch mal bei Zeiten Geld vorgeben gehen. Ja. Wahrscheinlich werde ich demnächst Geld vorgeben gehen. Beim nächsten Part bin ich rich. Da bin ich richtig rich. Nicht verfassen, Leute. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast. Und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich ja oben die Playlist zur Videoreihe. Darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß.